Liebe Kiezägerinnen und Kiezäger, die aktuelle Wetterlage und Schadenslage haben uns einiges an Kraft und Sorgen bereitet. Ein großer Dank geht an die Mannschaft der Freiwilligenfeuerfräse in Kiezäger, die tatkräftig zur Seite standen. Ganz besonders möchte ich mich auch bei den Bürgern und Bürgerinnen der Gemeinde Kiezäger bedanken. Ohne euch wäre das Sandsack befüllen, nicht so schnell und reibungslos durchgeführt worden. Während der gesamten Zeit in dieser Krisensituation erhielten wir unzählige Essens-, Getränke- und Geldspenden sowie Unterstützung mit landwirtschaftlichen Maschinen aus der Bevölkerung. All diese Unterstützung hat uns sehr in der Abhandlung der Schadenslagen geholfen. Dafür möchten wir uns auch herzlich bedanken. Es erfüllte uns mit Stolz zu wissen, dass Sie alle hinter uns stehen und unsere ehrenamtliche Tätigkeit, die wir für Sie und die Gemeinde das ganze Jahr ausüben, unterstützen. Dafür möchten wir auch ein herzliches Dankeschön sagen, die Kameraden der Feuerwehr Fräsen-Kiezäger. Applaus 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 Applaus